hallo liebe gamers global zuschauer viele von euch sind ja alt ja also quasi so wie ich da dachte ich mir wir feiern mal was zusammen und zwar den 35 geburtstag des amiga 500 und weil alt jeder kann dachte ich mir wir machen das mal mit neuen spielen es gibt nämlich nach wie vor entwickler die ganz fleißig nachschub liefern also quasi neues für die alte freundin amiga heißt ja freundin ihr wisst das ihr wisst das ihr wisst das jedenfalls seht ihr im video gerade ein paar beispiele für titel die noch in entwicklung sind überwiegend in privater heimarbeit ich bin bei meiner suche nach den zehn besten spielen 2020 bis 2022 bei meiner wochenlangen recherche ich erzähle kein mist ich habe wirklich wochen lang alles mögliche ausprobiert unter anderem auf eine schon fertiges adventure gestoßen das kurioserweise im geburtsjahr des amiga 500 spielt nämlich 1987 und dann auch noch in berlin das wollte ich euch schon mal auf keinen fall vorenthalten zuletzt sind auch viele klassiker umgesetzt worden zum beispiel greenberry das gab es ja noch nicht auf amiga hier hätten wir amydar das spiel muss man nicht über die gegner drüber springt auf knopfdruck sondern die gegner über die spielfigur ja also quasi genau umgekehrt bam bam bums ja hier ein paar szenen aus scramble das kennen manche wahrscheinlich auch noch vom spielautomaten her und es gibt sogar raid over moskau für den amiga das war ja lange indiziert in deutschland und ich muss ehrlich sagen ich fand es sehr seltsam das zu spielen gerade vor dem aktuellen hintergrund wenn zum beispiel atomrakete aus kiew starten und ich an den serie an ukrainik denke was ihr bisher so gesehen habt hat mir spaß gemacht muss ich sagen aber keins dieser spiele ist in meiner top 10 gelandet in meiner völlig subjektiven top 10 wohlgemerkt in meiner sowas von subjektiven top 10 die kommt jetzt und ich wünsche euch viel spaß los geht's bei king's rally spiele ich einen kleinen mann der mich irgendwie ein bisschen an den gamers global redakteur dennis hiller erinnert ich meine das und ganz kleinsüßen schnauzbart zu sehen vielleicht ist es auch super mario egal dennis hiller und super mario sind immer gleichen personen ich habe die jedenfalls noch nie zusammen in einem raum gesehen ich bin heute wieder super lustig drauf wie auch immer ich sammle bei diesem spiel edelsteine und manche davon sind vergraben da brauche ich dann eine spitzhacke das seht ihr hier ich muss mich für das spiel ein bisschen anfreunden weil es so super niedlich aussieht aber relativ biestig ist ich habe also jetzt bis spuren von der tiefe des grand canyon in meinem competition pro falls ihr euch wundert warum ich das messer wegwerfe das mache ich nicht weil ich dämlich bin sondern weil ich immer nur einen gegenstand gleichzeitig tragen kann manchmal passiert es dann dass ich gerade die hacke in der hand habe aber das messer bräuchte um mich zu verteidigen dann muss ich die hacke kaputt machen was wiederum zu dem problem führen kann dass ich am schluss zu wenig hacken habe für das level ihr versteht was ich meine und das messer das nutze ich zum beispiel hier gerade moment um diese gummi zu töten dann geht es weiter mit der buddelei gefährlich ist auch sich einzugraben aus versehen und hüpfen kann der kleine dennis auch nur wenn er gerade gar nichts in der hand hat das macht die ganze sache auch nicht leichter ach ja ich habe fast vergessen zu erwähnen dass ihr fast alle gezeigten spiele kostenlos runterladen könnt der kollege jörg langer wird das sicherlich irgendwo verlinken ja hier arbeitet der chef nämlich noch selbst am service gedanken und ihr solltet alle schönen geburtstag den amiga geburtstag mit feiern können falls ihr nicht wisst wie man das auf diskette wuppt ja oder falls ihr eure freundin schon verkauft habt könnt ihr das ganze natürlich am emulator zocken oder auf dem amiga 500 midi der ist ja gerade erst erschienen ich habe es inzwischen fast geschafft ich habe den letzten edelstein eingetütet und jetzt muss ich nur noch durch die richtige tür ins nächste level es hat 34 jahre lang gedauert bis sich metal gear endlich auf den armidus amiga geschlichen hat ich möchte jetzt keinesfalls einen gemischen alten format krieg befeuern nein nichts liegt mir ferner aber für den atari st gibt es metal gear immer noch nicht also für den amiga schon für den atari noch nicht aber für den amiga ich habe erst mal keine ausrüstung muss mir so einiges organisieren zum beispiel von diesem lkw der verdammt große ladefläche hat fällt mir gerade auf erinnert mich an den scheinriesen einer augsburger puppenkiste ne genau andersrum bei dem egal an der kameraüberwachung vorbeischleichen schleichen sehr wichtig das gameplay ist aber insgesamt relativ abwechslungsreich immer noch für so ein spiel von 1987 das habe ich den gefangenen befreit und komme mit einer schlüsselkarte in den nächsten raum verdammte axt gas da sollte ich meine maske aufsetzen hier das inventar und dann geht es weiter ich habe es drauf läuft bei mir moment der chef mal wieder bla 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 ich habe vergessen zu sagen dass du eine gasmaske was zur hölle die info wäre vorhin interessanter gewesen du penner so falls ihr mich gerade nicht sehen könnt ich habe mich versteckt in diesem karton ja wie gesagt das gameplay ist sehr relativ abwechslungsreich das ist auch sehr lustig das mit dem karton finde ich ihr könnt mich alle mal ok levelboss und ich komme gerade aus dem gefängnis deswegen habe ich mal wieder keine ausrüstung die hole ich mir jetzt erst und da habe ich noch zwei raketen lenkraketen die ich erstmal einsetzt gegen den penner leider habe ich nur zwei den rest muss ich dann wohl mit meiner pistole erledigen komm her du sau ha nimm das so wieder eine schlüsselkarte erkunden ist sehr wichtig und es geht weiter hier haben wir einen dobermann einen ex-dobermann um genau zu sein da schreit peter auf ein checkpoint ich kann aber auch jederzeit speichern das finde ich super und wieder schleichen und die faust aufs auge metalgear ist übrigens eine msx-umsetzung so wie king's rally msx das war ein japanischer home computer standard der 80er ja und wie king's rally gibt es metalgear übrigens nicht für den atari st ja haha 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 also das hier ist super herzig ich kann es sehr anders sagen t하 n�husel Slug, die kleine Schnecke. Ich hätte das Spiel ja Schneck der tollkühle Held genannt, aber mich fragt ja leider keiner. Wir haben hier ein Action Adventure, das euch im wahrsten Sinne des Wortes zur Schnecke macht. Grundsätzlich geht es darum, sich kriechend fortzubewegen, an Wänden und Decken den Ausgang zu finden eines Bildschirms. Anfangs kann ich eben nur schleimen quasi. Und jetzt habe ich einen Auftrag erfüllt und bekomme eine Belohnung. Ich habe dem Frosch das Stofftier zurückgebracht und kann jetzt auch hüpfen. Und da bei diesem Hepp. Ja, das ist doch auch super nett vertont, oder? Oh, ein Schneckenhaus. Was mache ich denn damit? Ganz wichtig, man braucht gutes Schleiming an vielen Stellen. Timing. Entschuldigung. Ja, anders überlebt man das nicht. Für das Schneckenhaus bekomme ich die nächste Belohnung. Jetzt kann mein Ad von Schneck über Stacheln glibbern. Hier haben wir einen Level-Boss. Den kann ich nicht direkt bekämpfen. Ich bin ja eine arme Schnecke. Das heißt, ich muss Objekte ausnutzen im Level. In diesem Fall sind das Eiszapfen, die ich auf das Ungetüm fallen lassen muss. Und irgendwann geht es dann hoffentlich kaputti. Hey, ich habe den Schneck-Point erreicht. Das ist super. Nicht so super ist, dass ich nicht speichern kann. Das heißt, ich muss das Spiel, wenn ich aufhöre, jedes Mal wieder von vorne beginnen. Und das finde ich dann doch relativ schnecklich. Trotzdem macht es Spaß und ich hoffe, das kommt auch ein bisschen rüber. Und ab geht's in die nächste Welt. Ein Krake. Was zur Hölle. Anfangs ist das alles noch relativ entspannt. Aber ihr seht schon, mit der Zeit wird herausfordernd die Kombination aus Hüpfen und Ausweichen. Die Lebensenergie oben. 69 kann ich jetzt gerade auffüllen, weil ich da so einen Heiltrack erreicht habe. Ja, und die Schnecke kann manchmal ganz schön schnell sein. Dagegen ist sogar der Philipp lahm. Oh Gott, kann mich der Wortspielgott dafür bitte bestrafen? Dankeschön. Magica oder Magica, wie es der Entwickler anscheinend gerne genannt haben möchte. Und daran halte ich mich natürlich. Ist ein sehr simples Spiel, das mir aber viel Spaß macht. Vermutlich, weil ich mich sehr schnell heimisch gefühlt habe. Als freier Spielejournalist ist man es ja gewohnt, ständig Flaschen zu sammeln. Und genau das mache ich hier, wie ihr sehen könnt. Und dann geht es zum Levelende. Hipp, hipp und hurra! Es ist so, dass Fantasygestalten meine Zaubertränke geklaut haben und die möchte ich zurückholen. Dazu betäube ich die Kollegen erstmal mit meinem Zauberstab und schubbe sie dann rum, bis sie die Flasche fallen lassen. Ja, und ich kann Kettenreaktionen herbeiführen, damit das Ganze schneller geht. Seht ihr hier? Und mehr Punkte gibt es. Ja, und Zeitlimit oben, könnt ihr auch sehen. Die Röder hier, die kann ich nur von hinten attackieren, weil sie vorne ihr Schild tragen. Es gibt Gegner, die schießen. Die meisten stehen aber nur im Weg rum und sind bei Berührung tödlich. Zu sterben ist fast schon eine Herausforderung, ja, weil Magica nicht sonderlich schwierig ist. Ich finde es aus drei Gründen trotzdem klasse. Erstens, es sieht zuckersüß aus, finde ich. Also relativ simpel die Grafik, aber schön bunt. Und ich mag bunt, ich bin da sehr einfach gestrickt. Zweitens, ist es ein schönes Spiel für zwischendurch. So ein bisschen zum Entspannen, zum Entschleunigen. Und drittens, funktioniert es als Highscore-Spiel recht gut. Und so eine puristische Punktejagd, die kann ja auch ziemlich Spaß machen. 50 Levels sind im Angebot und ich zeige euch mal am Beispiel von Nummer 44, wie engst dann auch mal mit dem Zeitlimit werden kann. Kenner sehen das sofort. Tinius ist natürlich eine Hommage zum großartigen Groschengrab Gradius. Hahaha, Alliteration for the win. Ja, dieses, ich sag mal, herzlose Shooting ab, das hat 1985 in den Spielhöllen gelauert. Und hätte wahrscheinlich sogar das Taschengeld von, sagen wir mal, Yorkshire Terrier Babies gefressen, wenn die denn Hände hätten, mit denen sie das hätten zocken können. Und dann, um Gottes Willen, was für eine Satzkonstruktion aus der Hölle. Hölle ist ein gutes Stichwort. Das Spiel hier ist sehr, sehr geil, aber mir einfach zu schwierig. Deswegen landet es nur, sag ich mal, auf Platz 6. Deshalb habe ich am Anfang ja ausdrücklich betont, dass das hier eine sehr subjektive Liste ist. Ich habe weiter vorne ein Shooting ab, das spielerisch nicht so viel Tiefgang hat, mir aber mehr Spaß macht. Sollte angesichts der gezeigten Szenen beim geneigten Zuschauer der Eindruck entstanden sein, dass ich es voll drauf hätte, formuliere ich es mal so. Ich habe einfach abartig viel Zeit verbrannt, damit das Video hier nicht zu peinlich ist. Und ich investiere ja gerne mal 50 Millionen Euro beim Lottospielen, damit ich mit viel Dusel manchmal ganz selten einen Sechser habe. Eine letzte Gotteslästerung. Ich nenne Tynius ganz gerne Tinnitus, weil diese Hochton-Sounds, die machen mein Ohrenanschmeid auch zu schaffen, aber wie heißt so schön? Ist es zu laut, bist du zu alt. Bubble, Bubble kennt natürlich jeder alte Mensch. Und hier haben wir eine verbesserte Version für den Amiga, die sich Tiny Bobble nennt. Und die stammt von den Entwicklern, die auch Tynius gemacht haben. Und diese Demo-Gruppe Abyss, die hat es einfach drauf. Ich kann es nicht anders sagen. Das Gameplay zu erklären, ist natürlich total albern. Als armer freier Spiele-Schonern ist... ...werde ich allerdings nach Minuten bezahlt und deswegen muss ich ein bisschen Zeit schinden. Es läuft folgendermaßen. Meine Drache bespuckt die Monster. Die Monster zappelt in einer Blase. Der Drache hüpft auf die Blasen. Die Monster gehen tot. La la la, la la la, dummdi dummdi, la la la. Jubel, Trubel, Heiterkeit, Konfetti, Feuerwerk. Zur Zweitmacht Tiny Bobble doppelt so viel Spaß. Und da fällt mir ein, bei Wikipedia steht, dass Bubble Bobble eins der ersten Spiele mit kooperativen Multiplayer-Modus gewesen sein soll. Als Homo-Scenix kann ich da bloß mitleidig hüsteln. Ich denke da an eins meiner Everlasting Lieblings-Games, Superman fürs Atari 2600. Da hat Spieler A den Helden nach links und rechts gesteuert und Spieler B mit Joystick 2 oben und unten übernommen. Das ist kein Scheiß jetzt, das ist wirklich so gewesen. Kann man sich nicht ausdenken. Naja, 1979 halt doch. Einmal Rittersport bitte. Ja, hier haben wir eine Konami-Umsetzung. Das Spiel heißt Nightmare. Das ist ein Wortspiel aus Night, Ritter und Nightmare, Albtraum. Ich denke jetzt mal nicht genauer darüber nach, warum ein Ritterspiel, ausgerechnet ein Ritterspiel, ein Vertikal-Shooter ist. Also der Kollege hier, der wirft sein Schwert, der wirft sogar Bumerange und so weiter und so fort. Ist ja auch Wumpe, weil es macht Spaß und das liegt auch so an den taktischen Möglichkeiten durch Extras. Hier habe ich gerade kurz die Zeit eingefroren, wie ihr sehen könnt. Sehr praktisch, um alles abzuräumen. Ja, diese Buchstaben kann man verschiedenfarbig aktivieren und blau bedeutet zum Beispiel Schild. Es gibt auch Extras, die ich ziemlich scheiße finde. Da muss man also aufpassen, dass man sich nicht verschlechtert. Die Musik ist übrigens geil. Qualitätsstufe Rittersuite Symphony, würde ich sagen, passt halt einfach sehr gut zur Action. Dringend abraten würde ich allerdings von einem Blick ins PDF angucken. Da erfahre ich unter anderem, dass der Held Popolon heißt. Außerdem wird das Wort Computer auch mit K geschrieben. Früher wurde ja alles lokalisiert. Wisst ihr vielleicht doch, Green Lantern hieß grüne Leuchte oder grüne Laterne. Ja, wir waren immer gewohnt damals in den 70er und 80er. So, zurück zum Spiel. Da wartet nach jedem Level, wie es sich für ein gutes Shooting abgehört, ein Boss. Und das kann natürlich manchmal ein Ritter enden. Außer man hat es so drauf wie ich. Ja, könnt ihr gerade sehen. Ein Ritter beherrscht natürlich den Umgang mit dem Boomerang. Warum auch immer. Ja, besser einfach nicht drüber nachdenken. Aufs Treppchen hat es ein klassischer Dungeon Crawler geschafft, des Shadows of Sergoth. Ihr seht hier die Charakterauswahl mit diversen Völkern und jeweils Männern und Weitlein. Ich habe mich für einen Elf entschieden. Und jetzt geht's los. Gleich am Anfang tüte ich die erste Waffe ein. Das Spiel hat einen sehr originell gestalteten Optionsbildschirm. Den habe ich schon am Anfang des Videos gezeigt. Da klickt sich so ein Skelett mit dem Knochenfänger durch die Menüpunkte und rollt mit den Augen. Das fand ich sehr klasse. Und jetzt haben wir ja den ersten Gegner gehabt. Eine Fledermaus. Ich muss natürlich jeden Winkel der 20 Verliese genau erkunden, damit ich zum Beispiel Schlüssel finde. Wie hier diesen blauen. Mir hilft die sehr gute Automap dabei. Die seht ihr unten in der Mitte klein. Die kann man auch vergrößern. Zeige ich vielleicht später. Ich habe gerade eine Schlange an der Backe. Rundenbasierte Kämpfe. Basieren auf irgendwie einer vereinfachten D&D-Edition. Schlag mich tot, weiß der Geier. Oh, ein Hamburger. Interessanterweise, warum auch immer, liegt hier nur Fastfood rum. Wahrscheinlich ist ein Systemgastronom mit Helfer-Syndrom unterwegs. Anders kann ich mir das nicht erklären. Okay, ja, da ums Eck. Skelettkrieger. Ich kämpfe. Ich kämpfe hier gerade mit einer Armbrust. Fernkampfwaffe. Und schon ist er platt. Und ich kämpfe hier. Und ich stecke hier mit einem Eintrack vor die Füße. Und ich kämpfe hier mit einem Eintrack vor den Füßen. Ich kämpfe hier mit einem Eintrack vor den Füßen. Das macht mir Angst. Ich muss hier drücken. Ich kann auch diese Knöpfe da drüben mit der Fernkampfwaffe aktivieren. Und dann ändern sich die Löcher. Ich brauche jetzt sehr wahrscheinlich 20 Stunden, bis ich das rausgefunden habe. So wie ich mich kenne. Ich glaube, ich schneide an der Stelle unauffällig. Ja, da haben wir die Automap ganz kurz im Bild gehabt. Hier ist der Bodenrutschig. Da kann ich nicht stehen bleiben. Und entsprechend schwierig ist es, den Ausgang zu finden. Ich muss mich von Wand zu Wand bewegen. Natürlich gibt es auch Magie, Kampfzauber etc. Hier kann ich zum Beispiel über Löcher drüber schweben. Wenn ihr mich jetzt fragt, warum ich das Spiel so gern gezockt habe, würde ich am liebsten antworten wie mein Sohn, wenn er nicht weiß, was er antworten soll oder nicht antworten möchte. Weil. Also ich habe ehrlich gesagt nicht so richtig eine Ahnung, weil es ist nicht sonderlich herausfordernd. Und es ist auch nicht unbedingt mega abwechslungsreich. Die Rätsel sind ganz nett, glaube ich, würde ich sagen. Und vor allen Dingen geht es halt darum, immer bessere Gegenstände zu finden. Das hat mich irgendwie motiviert. Hier zum Beispiel ein neuer Zauberspruch. Und es ist definitiv oldschool. Das ist ja auch ganz schön. Ich habe es vorhin angekündigt, es gibt ein Shoot-in-Up, das ich besser finde als Tiniers, obwohl es gar nicht besser ist. Es macht mir einfach mehr Spaß. Ihr seht den Titel unten eingeblendet. Das Spiel heißt... Upsi, äh, sorry, äh, da habe ich das falsche Sound-Sample eingebaut. Zum Glück kann das Spiel selber reden. Ich wüsste nämlich nicht, wie man den Titel richtig ausspricht. Jetzt also nochmal korrekt. Das Spiel heißt... Und macht mich mehr an, obwohl es zum Beispiel gefühlt nur zwei Waffen-Upgrades gibt. Woran liegt das? Zum einen, weil es gemächlicher zugeht. Ich spiele ja leidenschaftlich gerne Shoot-in-Ups. Wegen der Botorik eines vom Baum fallenden Faultiers allerdings imposant schlecht. Und da kommt mir das geringere Tempo entgegen. Außerdem mag ich den Pixel-Style. Ich mag die Grafik, die ist zwar relativ grob, aber ja, die Zeichentrick-Kulissen, die finde ich sehr, sehr cool. Und auch die großen Sprites. Ja gut, die Explosionen, die sind ungefähr so spektakulär wie eine Rede von Katrin Göring-Eckardt. Aber da kann ich drüber wegsehen. Dafür fühle ich mich an vielen Stellen an R-Type erinnert. Und das ist ja mal nicht die schlechteste Erinnerung. Ja, ich möchte keinesfalls den Eindruck erwecken, dass das Spiel hier leicht ist. Es ist nur relativ leicht im Vergleich zu Tinius. Die Level-Bosse sind allerdings bis auf den letzten, ja, Luschen. So würde ich es mal sagen. Da wäre ein bisschen mehr, mehr gewesen. Und da ist das Ding, das meiner Meinung nach beste Amiga-Spiel der vergangenen zwei Jahre, Smarty and the Nasty Gluttons. Das heißt so viel wie Schlaukopf und die fiesen Fressecke. Ich gebe es ja ungern zu. Ich habe die ersten 873 Stunden damit verbracht, auf diese Drachen da zu schießen. Und habe mich gewundert, warum ich nicht in Level 2 komme. Zum Glück habe ich einen IQ von 193 und bin dann auch ohne Anleitung dahinter gekommen, was das Problem ist. Smarty hat nur eine, ja, Betäubungspistole. Scheiße, okay. Ja, ich habe mich ein bisschen vor mir selber geschämt. Aber muss ja keiner wissen. Gut, also. Diese Drachen verfallen in eine Starre. Das erinnert mich immer sehr an die Zivilisten aus der deutschen Version von Hardlife. Und dann kann ich die rumschubsen, aufeinander schubsen. Und dann lassen die Schlüssel fallen. So, den ersten habe ich. Nein, ich habe schon zwei. Seht ihr oben? Und ich brauche fünf. Ich muss sie sehr schnell einsammeln, weil das ja Fresssäcke sind. Und die die Schlüssel sofort auffuttern, wenn ich sie nicht rechtzeitig aufnehme. Außerdem verfärben sich diese Sackgesichter. Die werden erst braun. Autschi! Jetzt bin ich gestorben. Ja, die werden erst braun. Da muss ich sie schon zweimal treffen, um sie betäuben zu können. Und die roten sind dann noch gefährlicher. Ich muss also auch in dem Punkt schnell sein. Das sieht am Anfang alles etwas unlussisch aus. Aber man gewöhnt sich tatsächlich dran. Ah, verdammt. Wieder verreckt. Ja, vier Schlüssel habe ich schon. Wenn man dann erstmal so ein bisschen den Blick hat für das Gameplay, entwickelt sich ein echt schöner Flow. Das bleibt zwar immer hektisch und stressig, aber lustig hektisch und stressig. So, hier haben wir einen Zwischenlevel. Da geht es auf Zeit. In dem Fall kann ich Power-Ups einsammeln. Hier zum Beispiel einen Schuh. Die Geister würden mir Zeit klauen, wenn ich sie berühre. Jetzt habe ich gerade noch einen Hund eingesackt und einen Hammer. Was man damit macht, zeige ich euch auch dann gleich. Es gibt noch eine zweite Art von Zwischenlevel. So ist die dann auch ein bisschen spielerisch abwechselnd. Ich habe jetzt dreimal den Schuh, dreimal den Hammer und dreimal den Hund. Hurra! Ach ja, der rote Pfeil rechts unten. Das zeigt einen Teleporter an. Den kann ich zum Vorteil nutzen, wie hier gerade. Es kann mir aber auch zu Verhängnis werden, wenn da ein Gegner auf mich drauf springt. So, Power-Up-Alarm. Was nehmen wir denn? Den Hammer, genau. Der verursacht ein Erdbeben. Er macht alle Gegner grün wieder. Und, ja, lähmt sie. Dann kann ich in letzter Sekunde mich retten. Hier zum Beispiel. Jetzt hat mich der rote Bein erwischt. Superschuhe. Da kann ich jetzt rumrennen wie ein Bekloppter. Und die Gegner mal so richtig durch die Gegend wirbeln. Auch sehr schön. Ein weiterer Zwischenlevel. Habe ich auch schon erwähnt. Hier kann ich extra Leben sammeln. Ich brauche immer fünf Herzen, die ich treffen muss. Zwei extra Leben habe ich hier dann letztlich geschafft. Und, Power-Up Nummer drei. Der Hund rennt rum und fährt die Gegner dann auch zurück. Womit ich doch tatsächlich am Ende meines Videos bin. Meiner Top Ten. Ich habe schon befürchtet, das bekommt Spielfilm-Länge. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Lust machen auf diese neuen Amiga-Spiele. Ich hoffe, ihr hattet auch beim Zuschauen Spaß. Und, ja, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit bis hierher und sage tschau tschau. Bis zum nächsten Mal.